Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Aeterna würden stehlen und morden. Die Aeterna würden stehlen und stehlen und stehlen und stehlen und stehlen. Die Aeterna würden stehlen und stehlen. Die Aeterna würden stehlen und 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 stehlen und stehlen. Das war's für heute. Weiter jetzt! Schnell! Bevor die Soldaten aus dem Lager hier sind! Seht, wir kommen gerade rechtzeitig! Die Soldaten schon in der Nacht! Haltet sie auf! Jetzt sind sie im Tiefen! Das kann mit Gnade! Endlich hat wenigstens ein Teil des Schreckens ein Ende! Geht ihr am besten zur Feste und berichtet Teile! Hallo! aber gern hallo hallo so nicht, wenn ich die schärfsten schweren die schärfsten schweren diese schärfsten Ein Fremdling. Ich vermute, ihr wart noch nie zuvor in Kabaik gewesen und niemand hier kennt euch. Ich vermute, ihr wart noch nie zuvor. Ihr seid wohl tatsächlich auf die Belohnung auswiegen? Umso besser. Habt ihr schon vom Ebru Kabaik gehört? Den Bier des Nordens? Unser Aushängeschild. Bisher habe ich es geschafft, die Sache geheim zu halten. Deshalb kann ich unmöglich meine Männer damit beauftragen, den Braumeister zu finden. Die Zeit dringt. Wir müssen umgehend herausfinden, was mit Elbert passiert. Wenn er entführt wurde, gibt es vielleicht Kampfspuren. Wenn er geflohen ist, hat er möglicherweise einen Brief hinter. Ich bin repair. Halt wieder. Ich zache sie. Ich bin mal ein paar trained. Ich bin mal ein paar Sachen. Lass sie sich johliere. Ich bin mal ein wenig. Ich bin ich nicht. Ich bin euer Pflück. Es sind nicht gesch 집starten, aber wir müssen zuerst die これ auch in der Unigeistung kommen. Ich bin aus dem Lass. Ich bin resiniert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo. Was möchtet ihr? Das war's für heute. 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 Endlich seid ihr da. Ach ja? Zeigt mir mal dieses Amulett. Hier ist das Wappen der Brauerei von Marnitz eingraviert. Er scheint mir reichlich konstruiert. Aber wenn wir keinen besseren Anhaltspunkt haben, müssen wir eben diesem nachgehen. Zumindest hätten die Marnitzer ein Motiv. Der Brauer in Marnitz heißt Korn. Am besten ihr beginnt eure Nachforschungen bei ihm. Der Brauerei ist für heute. Wir versuchen die Marnitz zu machen. Wir brauchen die Marnitz streets, und wir brauchen die Marnitz für heute. Die Marnitz zu Ende sind in jedem Fall. Und wir brauchen die Marnitz. Der Brauerei. Die Marnitz hat sich dafür für heute und die Marnitz auf und haben dich. Das ist, was ich. Was möchtet ihr k- Kein Problem Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal